Mozi Mabuse möchte in Zukunft mehr auf sich achten. Ich habe eine neue Selfcare Challenge gestartet, die mich jeden Tag daran erinnert, mir gezielt Zeit für mich selbst zu nehmen, verrät sie im Interview. Viele haben sich während der Lockdowns gehen lassen, andere haben versucht, an sich zu arbeiten. Let's Dance Star Mozi Mabuse, 40, hat beide Phasen durchgemacht. Am Anfang habe ich mich etwas gehen lassen, aber dann schnell gemerkt, wie wichtig es ist. Auf sich selbst zu achten, verrät die Mutter einer fast dreijährigen Tochter am Rande des Make-Up-Launch-Events von GOT2b. Umso mehr freut sie sich nun, sich endlich wieder für einen schönen Anlass aufzustühlen. Die Events feiern endlich ein Comeback. Haben sie das Blitzlichtgewitter vermisst? Mozi Mabuse. Ja, ich freue mich sehr auf die Normalität und darauf, dass wir langsam unser Leben zurückbekommen. Und ich freue mich umso mehr auf meine Kollegen. Die tollen Gespräche und darauf, sich einfach mal wieder für einen schönen Anlass, wie heute für den Make-Up-Launch von GOT2b, aufzustühlen. Wie ist es für sie, wieder top gestylt vor den Fotografen zu stehen? Mabuse. Es ist tatsächlich zu einer ungewohnten Situation geworden, wieder vor so vielen Fotografen zu stehen, aber ich fühle mich sehr wohl und stehe gerne vor der Kamera. Tragen sie auch privat gerne Make-Up? Mabuse. Es ist von zu Tag zu Tag unterschiedlich und kommt ganz auf meine Stimmung an. Ich gebe meiner Tochter sehr gerne ein Küsschen, deshalb verzichte ich in letzter Zeit darauf. Ich probiere und entdecke aber gerne neue Kosmetik. Viele haben sich während der Lockdowns gehen lassen, andere haben versucht, sich zu optimieren. Wie ist es ihnen ergangen? Mabuse. Ich habe beide Phasen durchgemacht. Am Anfang habe ich mich etwas gehen lassen, aber dann schnell gemerkt, wie wichtig es ist, auf sich selbst zu achten. Sowohl auf den Körper als auch auf das Mindset. Daher habe ich eine neue Selfcare-Challenge gestartet, die mich jeden Tag daran erinnert, mir gezielt Zeit für mich selbst zu nehmen.